Seit dem September 2017 gibt es in Saarbeck in der Marktstraße 25 Dobeni Naturkundliche Pflege, wobei nicht nur der Patient, sondern auch die pflegenden Angehörigen betreut werden. Dobeni findet man in keinem Lexikon und ist auch nicht der lateinischen Sprache entsprungen. Hier hat sich die Heilpraktikerin Mechthild Holtmann, die ihre Praxis in Gräfen hat, etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die Patienten werden nicht auf ihre Krankheit reduziert, sondern die Silbe Do steht für Dora mit dem D für Demenz, B für Bertha mit dem B für Behinderung und das N im Ni für Nina für normale Pflege, jeweils als Ionim für ihre Krankheit. Dobeni eben. Wenn Sie also Ihren pflegebedürftigen Angehörigen und sich selbst etwas Gutes tun möchten, rufen Sie einfach an 02574 288 9709 oder ohne Ich schaum Sie einfach an 0254 288 9709 oder ohne Ich schaum Sie einfach an 0255 288 9709 oder ohne Ich schaum Sie einfach an 0255 298 9709 einfach an 025529 5709